Es ist Mittwoch und damit Zeit für Ihre DOZ-News. Herzlich willkommen hierzu. Haupt abgetrennt. Ein abgeschärftes Rotwildhaupt wurde am Sonntagnachmittag nahe des Parkplatzes Vorwald-Ost bei Durach in Bayern entdeckt. Anhand der Spurenlage wurde geklärt, dass dieses offensichtlich erst vor kurzem und von Menschenhand abgetrennt wurde. Sowohl Geweih als auch Grandeln seien zuvor ebenfalls abgeschärft worden. Die Polizei vermutet, dass das Stück gewildert und im Anschluss der Schädel am besagten Parkplatz entsorgt wurde. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter 0831 99 09 2050 entgegen. Feuerteufel im Hinterlandswald. Wieder einmal haben Hochsitz Zündler zugeschlagen. Wieder einmal bittet die Polizei um sachdienliche Zeugenhinweise. In Rüdesheim am Rhein, genauer im Hinterlandswald, haben unbekannte Täter am Samstagabend gegen 19.30 Uhr einen Hochsitz in Brand gesetzt. Zwar wurde das Feuer zeitnah bemerkt und konnte zügig gelöscht werden, dennoch entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Ein Kriminalpolizei unter 0611 345 3103. Frauen lassen sich retten. Ob sie wirklich in Gefahr waren, steht in den Sternen. Jedenfalls mussten zwei Frauen in Kärnten, Österreich gerettet werden. Nun droht eine Geldstrafe. Medienberichten zufolge waren die zwei Frauen auf einen Berg im unteren Drautal gekraxelt, um in etwa 2000 Meter Höhe zu übernachten. Als die Abenteurerinnen bei Einsätzen der Dunkelheit ein Tier beobachtet haben wollen, was sie als großen Wolf ansprachen, bekamen sie es fürchterlich mit der Angst zu tun und verständigten die Einsatzkräfte. Per Polizeihelikopter wurden sie gerettet. Ob es sich wirklich um einen neugierigen Wolf handelte, ist natürlich unklar. Die Damen haben sich jedenfalls gefürchtet und die Polizei verständigt, wird Hermann Innerwinkler vom Landespolizeikommando zitiert. Während der Rücktransport für die beiden Frauen gratis bleiben dürfte, könnte das wilde Campen auf dem Berg teuer werden. Eine Verwaltungsstrafe von mehr als 3600 Euro ist möglich. Wolf im Hunsrück. Erst kürzlich wurde ein Wolf im Nationalpark Hunsrück-Hochwald fotografiert. Bei den Aufnahmen handelt es sich um einen sogenannten C1-Nachweis, wie das Koordinationszentrum Lux und Wolf Rheinland-Pfalz bestätigt. Es ist der erste Nachweis eines Wolfes im Nationalpark seit zwei Jahren. Angaben zu dessen Herkunft können nicht gemacht werden. Wir haben bislang keinen genetischen Nachweis anhand von Losung oder ähnlichem. Daher können wir derzeit auch nicht ermitteln, um welches Stück es sich handelt, aus welchem Rudel es stammt und ob es männlich oder weiblich ist. Wahrscheinlich ist es ein Jungtier auf der Suche nach einem passenden Revier. So Anja Schneider, Wildtierökologin und zuständig beim Nationalparkamt für das Wolfsmonitoring. Ob der Wolf nun in der Gegend bleibe oder wie 2021 weiterziehe, bleibe natürlich abzuwarten. Kitze ausgemäht, Geldstrafe für Landwirt. Im hessischen Odenwald wurden drei Rehkitze von einem Mähdrescher zerfetzt. Vier Angeklagte mussten sich dem Gericht stellen, doch nur einer wurde zu einer milden Geldstrafe verurteilt. So die enttäuschende Bilanz des Verfahrens am gestrigen Dienstag von dem Weinheimer Amtsgericht. Oberstaatsanwältin Christina Arnold warf den Angeklagten zum Prozessbeginn vor, dass Sebastian B. und sein Vater am 11. Juni 2021 ihre beiden Wiesen in Laudenbach von zwei Mitangeklagten mähen ließen, obwohl bekannt war, dass sich Rehkitze in den Feldern befanden. Diese sollen zuvor von der Rehkitze-Rettung mit Drohnen gesichtet worden sein. Insgesamt wurden darauf drei Kitze von den Mähdreschern erfasst. Nachdem die beiden Mitangeklagten die verletzten Tiere an den Feldrand gelegt hatten, soll sie Bernhard B. laut Staatsanwaltschaft erschlagen haben. Die Anklage hatte deshalb auf groben Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gelautet. Doch dieser schwere Tatvorwurf ließ sich vor Gericht nicht halten, denn der Hauptangeklagte wollte auf der Anklagebank nichts mehr von den Warnungen der Tierschützer gewusst haben. Er konterte, mir wurde gesagt, dass die Rehkitze schon sehr mobil seien und wegspringen würden. Und auch der schwere Vorwurf gegen seinen Vater, dass er die schwer verletzten Tiere erschlagen habe, konnte nicht mehr geklärt werden. Das Urteil? Insgesamt 70 Tagessätze a 50 Euro wegen vorsätzlicher Tötung von Wirbeltieren. Die UNI-DJZ ist da. Ab heute ist sie auch für Nicht-Abonnenten im Zeitschriftenhandel erhältlich. Die UNI-DJZ. Freuen Sie sich auf Information, Nutzwert und Unterhaltung. Unter anderem lesen Sie von unserem Hausjuristen Dr. Heiko Kranzin, ob es rechtens ist, mit der Waffe den Jagdhund vor dem Wolf zu schützen. Dann stellen wir Ihnen den vermutlich künftigen DJV-Präsidenten Helmut Damann-Tampke vor. Ebenso wie den leisen Repetierer Sauer 101 Silence GTI. Wildkühlung? Ganz nackig oder im Vakuum? Wir haben die Antworten. Unbedingt reinschauen. Aber vor der Kühlung muss erstmal Beute gemacht werden. Wenn nicht jetzt, wann dann. Das Wetter passt, das Wild zieht. Es ist Jagdzeit. Ihnen hierbei schöne Stunden, guten Anblick und fette Beute. Waldmannsheil.